wir sind heute für euch im wuppertal im burgholzer wald und checken mal hier die trails ab mit dabei ist die vera und ich würde mal sagen viel spaß na dann hoffen wir mal dass wir was gefunden haben das wird auch schon warm oh, es geht ein halbes rubber jetzt aber steil nach unten mal auf die locki warten steiler fahrt es geht ein bisschen weit runter ich kann auch noch nicht so wirklich sehen wo es lang geht muss ja unten links gehen oder so muss ja dann unten links gehen irgendwo keine ahnung weiß ich auch noch nicht so nass ein bisschen steil ich würde sagen, sieht falsch aus hier ich würde sagen, sieht falsch aus hier ich würde sagen, sieht falsch aus hier abgrund des Todes abgrund des Todes die bremsen meckert auch schon hab keinen Bock mehr ne das geht aber jetzt nicht puh wuuh 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 ich nehme das gerade ab da war es gut, aber da oben war es dann raus, als wir da abgestiegen sind ja, war ein bisschen steil, ne? ich fahre irgendwo jetzt lang, hoch, da jetzt fängt die sucherei wieder an ja dann endlich mal ein bisschen gebraucht das hier wenn man die Wege nicht kennt müssen wir weiter runter oder dann jetzt hier abbiegen? ja, die Kette ist wieder raus wenn du einmal raus bist, scheiße, oder? hallo hallo also im Einbruch danke ja das ist schon steil hier wenn du abgewesen schade mal wieder mal wieder uh Elferlachs das ist aber schon hier ein bisschen anspruchsvoller alles die wurzeln sind richtig rutschig die wurzeln sind richtig rutschig schon weggerutscht den kennst du schlecht war der nicht schlecht war der nicht ja du kriegst keinen flow rein was alles sehr technisch ist ach ich kette es ab das betanin wäre gut ach kette es glaube ich brauchst du Hilfe? augen zu und durch von dahinten anlauf nehmen und augen zu und durch bis zur wurzel kannst du bremsen dann musst du offen machen die habe ich glaube ich schon mit Andi gestanden und ich glaube der ist da runtergefahren da ja ok ok es geht noch ich dachte du war ganz tiefer ich dachte du war ganz tiefer ja meine frau hat gestern gesagt ach wenn wir jetzt hier wieder lang fahren kommen wir wieder durch den kleinen wasserfall das ist dann wahrscheinlich die stelle wo wir Pause gemacht haben ja dann lass uns doch hier hoch strampeln ach ich bin im letzten gang sag bitte blech ab also ich bin wir mit dir jetzt nicht einfach örtend das ist doch egal aber dann ein bisschen klassisch irgendwann wieder hoch ja jaja ja wuhu ja 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 Bis zum nächsten Mal! okay okay oh okay 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 Das war's für heute. ja leute das war unsere tour im wuppertal burghäuser wald wir haben nicht viel gefunden hatten trotzdem spaß liken und abonnieren nicht vergessen